So, willkommen zurück zu Leta Episode 1 Da haben wir uns ja im letzten Part so richtig stämlich angestellt, ne? Oh, Mann, ey Das kann doch so einfach sein, ey Das ist halt, wenn man blind spielt, war ich nicht spielen, wenn man das noch nie zuvor gespielt hat, okay Wir haben auch, wenn es neu ist, war, hm Hm, lecker Da merkt man diesen scheiß perfekten Knopf da drücken Braucht nicht, ist schon offen Und eine Etage höher, bitte Was ist das? So, er speichert die Zektariane Da ist Blu, und hier ist offen Da hinten rum hin, und da können wir drehen Und das auch Oxygen, na super, ey Oh, ey, das ist wie Metro, ey Oh, geil Hm, hm, hm Ja, die würden wir hier nicht berühren So, da ist der Leiter Wollen wir hier lang, ja Da müssen wir trinken So, Was haben wir denn da Einen Hebel High Pressure Könnte heiß werden Aber, was haben wir, was haben wir jetzt ausgelöst Ah, die Tür hier Da wird unser Äh, äh, frei, ähm Nicht Freigang, sondern Ausgang sein Da ist der Feuert da Ja Haben wir ausgemacht, sehr schön Hm Ein bisschen Ein bisschen Elektrizität Kann ich scharen High Voltage Hm, das sieht nach Strom aus Oh, ich sehe schon mal ein bisschen Licht Nur für Personal Gehen wir mal hier lang Gehen wir mal hier lang Gehen wir mal hier lang Okay Na, gehst du hier runter, danke schön Weiß, kein Licht mehr Hm, hoch zu Super, ey Hm Man, verpisch dich mal, du Dreckskist, ey Ich steh dir ein Weg, ey Okay Ist jetzt nicht das, was ich vermute, aber Gehen wir mal hier irgendwas machen Naja Ja, oder? Gehen wir mal hier irgendwas machen? Hm Das Ende naht Das Ende naht Aber klar, dass der Bastard nochmal irgendwann kommt, ey Oh, der kann uns nur stuhlen, weil wir hier in den Raum sind Gehen wir mal hier in den Raum sind Gehen wir mal hier in den Raum sind Gehen wir mal hier in den Raum sind Verdammt Verdammt, ey Na gut, wenn da nichts mehr ist Gehen wir mal die andere Tür da lang Gehen wir mal die andere Tür da lang Muss ja irgendwie weiter gehen Gehen wir mal hier in den Raum sind alles zu und verschlossen und verrammelt er kommt nicht gleich um die ecke gestürmt da sehe ich schon mal ausgang alles kann nicht sein das wird doch hier irgendwo hin oder Hmmmm. Boah ey. Kein Rand kommt irgendwo, ne. Oh man! Shit! Bin ich hier leicht überfragt, ey! Shit, ey! Ist da kacke, ey! Hier liegt der auch weiter anders. Mensch, ey! Musst du nicht ständig alten Weg rumlegen, ey! So was regt mich auf! Haben wir irgendetwas übersehen? Kann ich mal die Wüste hier... Okay... Hm, jetzt verstehe ich nicht ganz jetzt, ey! Ja, das ist wieder so eine Scheiße hier, ey! Hm, verstehe ich jetzt nicht, ey! Hm, ich bin gleich überfragt, ey! Oh, das geht nicht mehr! Mann! Ver... Piss dich schon mal, ey, ey! Ich bin jetzt schlecht irritiert, ey! Sehr verwirrt, ey! Sehr verwirrt, das Spiel, ey! Verstecken bin ich! Da geht ja auch nirgends wo eine Tür auf! Und die geht ja auch nicht auf! Und die geht ja auch nicht auf! Und die geht ja auch nicht auf! Kann's ja nur hier sein! Und die ist ja auch zu! Und die geht ja auch nicht auf! Und die geht ja auch nicht auf! Ich habe ja auch nicht auf! Ich habe keine Ahnung... Ich habe keine Ahnung... Ich habe keine Ahnung... ... Ich hätte schon mal die Dinger hier zu bedeuten haben, ey! Ich habe keine Ahnung... ne, bin ich überfragt naja, machen wir hier erstmal stopp und machen auf jeden Fall nächstes Mal weiter also haut rein, bis dann